habe ich die Kanzlei den Mitarbeitern übergeben. Wir haben ein komplett neues Rollenmodell entwickelt, wo Tätigkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterlegt sind. Und die Rollen in der Kanzlei, die viele Kolleginnen und Kollegen auch noch von früher gewohnt sind, die eigentlich nur der Chef machen kann, haben die gedacht, die macht bei uns das Team. Und deswegen habe ich die Kanzlei in die Hände der Mitarbeiter gegeben und gesagt, bitteschön, ihr seid dran, hier ist die Kanzlei, bitte macht das weiter, was wir bisher da gemeinsam hin entwickelt haben, denn das, was daraus geworden ist, ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da kannst du knicken, das wäre ja nie gegangen. Das kannst du ja nicht selber machen, das funktioniert nur mit den Menschen zusammen.